Wie zufrieden sind Sie mit dem Ergebnis? Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Ich bin gewählt worden und es freut mich, die Aufgabe übernehmen zu können. Und Ihr Kollege im Nationalratspräsidium, Wolfgang Sobotka, ein sehr bekannter Politiker in Österreich, ehemaliger Innenminister. Ist das, wie jetzt viele Medien schon kommentiert haben, eine Art Schlappe für ihn? Ich glaube nicht. Es ist für jeden schön, wenn er gewählt wird. Und ich glaube, dass es nicht darauf ankommt, wie deutlich der Vorsprung ist, sondern dass man eben hier seine Meinung durchsetzen kann und dass man hier seine Arbeit gut macht für Österreich. Und ganz am Anfang der Sitzung kam Kritik von Andreas Schieder, auch von der Liste Pilz und von den NEOS, dass das zu kurz gewesen sei, dass das sozusagen kein guter Umgang gewesen sei mit dem Nationalrat. Wie sehen Sie die Kritik dieser drei Fraktionen? Gut, mit der Kritik müssen wir leben können. Das ist Oppositionsparteien. Sind das jetzt, die das beurteilen? Und ich denke, wir sind so weit und so gereift schon, dass wir Gesetze, die wichtig sind, auch in relativ kurzer Zeit bearbeiten können. Sie waren ja nicht ganz neu, die Sachen, die auf Sie zugekommen sind. Also ich sehe da kein Problem darin. Jetzt wollte ich Sie abschließend noch fragen. Eine neue Schlüsselperson sozusagen jetzt auf Bundesebene ist der neue Klubobmann der FPÖ, Johann Godenos. Sie kennen ihn bestimmt schon länger. Wie schätzen Sie die Zusammenarbeit mit ihm ein und was ist von ihm zu erwarten? Also ich glaube, die Zusammenarbeit mit ihm wird so gut sein, weil sie bisher immer war mit den Klubobmannen. Und ich sehe kein Problem darin. Und ich glaube, dass wir alle ein gutes Team sind und gut zusammenhalten werden und gut arbeiten können.